Okay, da hab ich Bock drauf. Da machen wir erstmal Sky-Fact, ihr Leute. Okay, Leute. Ich würd nicht... Hey, sch. Hey, Akani, hör auf. Oh, Leute, also dieser Hund. Ich bin der Meinung, meine Freunde. Hier sind grad einfach zu viele Leute. Warte, ich hol den jetzt gleich hier rüber. Du chillst jetzt mal. Okay? Ich weiß, dass grad viel los ist. Guck mal, setz dich hier hin. Hier ist deine Banane. Da kannst du drauf rumkauen. Genau so. Fein, fein. So, sehr schön. Jetzt ist der wieder runtergejumpt. Ich guck eine Minute nicht hin, Alter. So, Leute, lassen wir machen jetzt was hier. Ich will auf jeden Fall, dass die hier die Mana reinböllern. So. Sind die noch voll? Nee, natürlich nicht. Mein Bruder ist grad hier, der kümmert sich auch um den Hund. Und ich bin ja morgen in Amsterdam-Chat. Deshalb wird meine Mama den Hund erstmal übernehmen. Als ob wir hier schon wieder... Dicker, wir sind nicht schon... Das ist nicht wahr, oder? Wieso kann ich denn jetzt hier... Hä? Warum ist denn das hier full? Guck mal, Leute, das ist doch alles hier der Controller. Und hier ist hier eigentlich... Ah, wegen dem Filter da oben. Lull. Deshalb. Muss man wissen, Leute. Muss man wissen. Das weiß man natürlich nur als Pro. Einen durchziehen. Nice. Amsterdam. Ja, safe, Leute. Ich hab ja schon gesagt, ich mach einen Stream, wo ich einfach alles, was mir auf der Straße angeboten wird, probiere. Und dann werde ich nochmal zwei, drei Minuten aus der Notaufnahme streamen und dann war es das. Wird auf jeden Fall eine richtig geile Reise in Amsterdam. Das kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Ja, Mana Pool füllt sich hier auch. Wir brauchen nämlich für die nächsten Sachen extrem viel Mana. Deshalb müssen wir das jetzt mal reingrinden. So, Leute. Wir kümmern uns. Ja, lasst kurz den Weinkeller durchgrinden. Kommt. Let's go. Bringt ja nichts. Oder machen wir schnell. So, jetzt bist du wieder entspannt, Hund. Ne? Der ist rallig. Der Hund wird wahrscheinlich eh nächste Woche kastriert werden. Denn der... Ja, Leute. Was soll ich sagen? Der ist geil drauf auf einem anderen Level. Was für uns schwierig ist zu verantworten. Deshalb werden wir wahrscheinlich dafür die Kastration entscheiden. Ja, entspannt, Leute. Also mal gucken, wann Max leicht kommt. Max wollte unbedingt ein Eisenbahnspiel spielen, Alter. Leute, ich habe manchmal das Gefühl, dass Max wie so ein 10-Jähriger ist. Zeitgleich aber auch wie so ein 60-Jähriger. Wisst ihr, was ich meine? So ein richtiger Rentner, der halt mit Modelleisenbahnen grindet. Was ich überhaupt nicht verwerflich finde. Aber irgendwie ist Max für mich so jemand, der sowas machen würde in seiner Freizeit. Oder, Leute? Könnt ihr euch nicht Trimax auch vorstellen, wie er mit so einer Modelleisenbahn spielt und dann seinen Kindern davon zeigt und die darauf gar keinen Bock haben, weil die haben ihr Handy hängen. Genauso sehe ich Max. Okay, Leute. Wir machen das mal hier ein bisschen ordentlich. Hier kommt in eine Terrasse drauf. Alle fühlen, was ich sage, über Max. Ja, safe. Diesen ganzen Keller hier unten werden wir auf jeden Fall noch richtig ausbauen. Ich werde jetzt hier, wie gesagt, diesen kleinen Weinkeller reinzimmern und da hat sich die Sache, Leute. Actually, ich würde fast hier gar keine Terrasse hinbauen, weil, ihr seht es ja, ich würde hier fast einfach so machen, dass hier direkt drunter geht. Und dann kann man dann hier zu der großen Terrasse hin, die wir hier einfach hier hin machen, das passt ja dann auch. Wie viel Wein süft, Max, Leute? Was schätzt ihr? Viel oder eher wenig? Also braucht ihr einen großen Weinkeller oder eher nicht so? Ja, na? Ich lasse halt den Weinkeller sein. Nein, Leute, ich habe es ihm versprochen und ihr kriegt das. Ich will, dass Max hier in seiner eigenen Kotze in Minecraft aufwacht. So, ich mache dann halt das Atomkraftwerk fertig, da habe ich Bock drauf. Ich helfe dir dabei. Echt jetzt? Ja, wir bauen das größte Atomkraftwerk der Welt. Das Ding ist halt, das kann explodieren. Das ist dir bewusst, ne? Hallo. Ah ja, mein Max. Hallo, kommt rein. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Keine anständige Begrüßung. Stark, man kennt ihn. Max. Na, was geht? Na, was geht, Max? Alter, ich habe schon wieder Bock irgendwie, ne? Auf was hast du schon wieder Bock? Auf alles, Digger. Gut, Leute, lass mal einen Painter bauen. Max, bauen wir einen Painter? Was machen wir gerade? Wir spielen Minecraft gerade, oder? Gummelt, wann wir an? Gut, Leute, hier ist der Vino Keller. Der muss sich hier nur noch die Decke geil zimmern. Und dann haben wir das. Dann bauen wir gleich diesen riesen Atomkraftwerk-Dings. Und dann fatzen wir alles in die Luft, Alter. Wir fatzen es in die Luft. Oder? Hast du Bock, in die Luft zu fatzen, Max? Ist was in die Luft fatzen gut? Paintbrush, das hier? Muss ich das machen? So, und jetzt? Wie mache ich jetzt den... Wie penne ich denn, Leute? Wie mache ich denn jetzt Cobblestone-Paint? Farbeimer. Ah, ja. Und wie mache ich den? Einfach malen. Was wollt ihr von mir, Alter? Es gibt keine Painting-Maschinen, ihr Lügner. Ihr habt mich angelogen. Guckt mal, Leute, hier. Ihr seht es ja hier. Hier oben ist noch mal eine ganze Room-Camp. Da läuft gerade mein Stream. Schaut mal hier. Mega fun hier, oder? Ist ultra geil. Toll, oder, Leute? Ey, das ist doch krass. Das ist ein krasses Setup, was ich hier habe. Max, guck mal bitte in meinen Stream. Nein. Guck früh in meinen Stream jetzt rein, bitte. Wir zocken jetzt. Oh mein Gott, du bist so dreist. Erstmal kommst du jetzt in den Squad-Stream rein, weil du es versprochen hast. Auch das tue ich nicht. Boah, du bist wirklich ein Asozialer. Wir müssen uns jetzt fokussieren. Du brauchst dich nicht wundern, wenn keiner mehr mit dir spielen will, ne? Wir müssen uns jetzt erstmal fokussieren. Du brauchst dich nicht wundern, wenn niemand mehr mit dir spielen möchte, sagte ich. Den Pinseln und den Block. Ja, was? Was soll ich jetzt machen? Romatra? Du kannst zum besten Stream-Buddy aller Zeiten aufsteigen, wenn du mir ein paar Sachen besorgst. Was denn? Dragon's Breath. Ich soll dir Dragon's Breath besorgen, mache ich. Dann müssen wir den Änderungen verlegen. Sollen wir schnell, komm, lass mal schnell... Nee, nee, musst du nicht mal, musst du nicht mal machen. Doch, bitte, lass nicht legen, komm, ich hab Bock. Lass schnell machen, komm. Okay, dann lass... Ich brauch noch ein paar mehr Sachen. Wieso ist das schwer? Max, was willst du denn überhaupt bauen? Das ist ein richtiger Sch***auftrag. Ey, wie hast du den Auftrag so ein bisschen mitbekommen? Ja, ist komplett OP, brauchen wir nicht. Was soll das? Was willst du denn, ein Solar Parryl wieder damit bauen? Nein, 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 nein. Doch, willst du? Ähm, weil wir gehen away mit Draconium, Ingrid. Dafür brauchen wir erstmal 8 Millionen Strom pro Sekunde geführt. Echt jetzt? Ja, dafür brauchen wir das Atomkraftwerk. Und da kommen wir wieder mit unserer sauberen Kernenergie ins Spiel, Max. Loser. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein Atomkraftwerk bauen. Weil du noch nie, noch nie ein gutes Atomkraftwerk gesehen hast. Nee, das würde ich blöd finden. Wie viel Strom brauchen wir? Viel, Alter, soll ich das sagen? Willst du es wirklich wissen? Ich will es wissen, ja. Das machen wir. Wir brauchen 350 Millionen RF. 350 Millionen. Wie viel hast du? Du hast hier 32 Millionen und 32 Millionen. Gut, das machst du jetzt noch weitere 16 Mal. Dann haben wir genug Strom. Okay? Traurig, Max. 350 Millionen, das schaffe ich. Steck mir was rein. Steck mir was rein. Wo soll ich dir was reinstecken, Alter? Was soll ich dir wo reinstecken? Steck mir was rein in Folge von, steck mir dein Kabel in meinen Capacitor rein. Das klingt alles falsch irgendwie. Richtig. Also schließ irgendwas an, dass du meinen Strom abführen kannst. Abführen. Jetzt ist es soweit, jetzt klingt alles merkwürdig, was ich sage. Max, dein Weinkeller ist fertig. Komm, gucken. Nee, warte kurz. Was? Nee. Was willst du von mir? Geh deinen Weinkeller jetzt angucken, du Assi. Bin im Weinkeller drin. Ist geil, oder? Alter, ist echt geil. Der lässt sich gemacht. Hier saufen jetzt, oder? Ist schick. Wie geht das? Soll ich dich kurz... Du kannst dich auf die Flasche draufsetzen. Warte. Man kann leider in Minecraft nur noch seinen Hintern trinken. Also ist sein Arsch halt. Man muss sich halt so draufsneaken und dann ist ein bisschen weird. Man hört es fließen. Ja, weiter, weiter, weiter. Bisschen draufrumsneaken. Ja, genau. Super. Perfekt. Ja, und jetzt musst du gleich was merken. Falls nicht, dann ist dein Computer kaputt. Der Computer ist kaputt. Direkt, ja, ja. Der ganze Computer ist kaputt. Das ist ein ganz guter Test, wie man das feststellen kann, ob der Computer kaputt ist. Sehr gut. Komm, ich leg jetzt den Enderdrachen. Wer kommt jetzt mit? Max, komm, wir machen das. Du darfst den nicht nur legen. Du darfst den... Wollen wir den Enderdrachen auf unsere Welt holen? Geht das? Weiß ich nicht. Ich fände es mega lustig. Ich mache dir ein bisschen... Ich mache dir schon mal ein bisschen Glas, Max, ja? Ich habe eine Glasmaschine. Die läuft die ganze Zeit. Ja, super. Guck dir mal die Glasmaschine hier an, Max. Deine Müllmaschine braucht niemand. Wo ist deine Glasmaschine? Hier, guck mal hier. Guck mal, wie schnell das da durchläuft. Siehst du das da unten? Guck mal, wie schnell da Glas reinkommt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ist nice, ist nice, ist nice. Ist schneller als deine Maschine, oder? So, komm, Max. Romana, komm, wir gehen jetzt den Enderdachen töten. Nicht nur töten, ihr müsst das Herz ihm rausschneiden. Und ihr müsst... Alter, Max, beruhig dich mal bitte. Was du da gerade sagst, ist richtig krank. Ja, das stimmt. Wenn du ein Ritter wärst. Nehmen wir mal an, du bist ein Ritter. So, komm. Ich bin kein Ritter, ich bin... Nein, nehmen wir mal an, du bist ein Ritter. Dann wäre ich Karin Ritter. Okay, so, du bist ein Ritter. Und damit du so ein richtiger Ritter bist, musst du halt auch einen Drachen bezwingen. Ja, klar. Das heißt, einen Drachen töten. Aber dürfen Vegetarier Drachen töten? Ja, ich dachte, wir warten auf irgendwen. Nein, warum sollten Vegetarier keine Drachen töten dürfen? Digga, wenn ich ein Ritter bin, ich bin ja kein... Es gibt, glaube ich, keinen vegetarischen Ritter, oder? Ich gehe jetzt in den Zentrum, oder? Ich bin drin. Wir machen mal erstmal schnell diese Dinger hier weg, diese Dinger. Kurz, ich bin hier einmal gestorben. Hast du einen Bogen zufällig dabei? Ne, brauchen wir einen Bogen. Ja, wäre geil eigentlich. Max, kannst du kurz kommen, Bogen bringen? Abgelehnt. Ich bin jetzt im Fokus, Mann. Ihr bringt mich immer raus, du mit deinem vegetarischen Ritter. Du bringst mich voll raus aus meinem Projekt. Ich habe meine Raygun dabei. Schieß mal auf diese Dinger hier drauf, diese komischen... Aber ich habe keine Munition mehr. Warte, 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 ich will mitmachen. Halt, ich will mitspielen. Halt. Entschuldigung, Entschuldigung. Hör auf, dich zu heilen. Hör auf, du Asidrache. Hier ist Drachenatem, Drachenatem. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe keinen Platz in meinem Minutafel. Ich süffel, ich süffel. Ja, aber wir sind überall grüne und rote Linie. Was habe ich gedrückt? Au. Dann hast du die grün-rote Linie-Taste gedrückt. Lass mal diese Sch***-Arende jetzt töten, Alter. Kotz der einfach nur an. Nein, wir müssen noch ein bisschen mehr Drachenatem. Mann, ich will nichts von seinem Mundgeruch. Alter, wie viel Drachenatem brauchen wir denn? Äh, 48. Wenn er mich noch einmal schlägt, dann streiche ich ihn an. Könnt ihr mich hören? Max, bitte, wir sind gerade den Enderdrachen am bekämpfen. Wir wollen dich nicht hören. Ihr seid schon wieder so lost, alle. Wir sind's, oder? Seid nicht zu grob zum Drachen, ne? Seid nicht zu grob zum Drochen. Warte, pass auf. Ich mache mal hier so ein Auffang-Bank, dass er hier hinspeilen kann. Ja, perfekt. Kotz mal hier rein jetzt, Alter. Gönn uns deinen Mundgeruch. Da, guck mal hier, Romatra. Siehst du, wie clever. Hast du Blöcke dabei, Romatra? Nein, ich habe nur ein Kissen. Ja, natürlich hast du wieder nicht mitgedacht. Mann, was machst du denn, du Spacken? Ey, Max, ich will nicht mehr mit Romatra spielen. Das macht keinen Spaß. Ich bin richtig lost, Digga. Ich bin richtig, richtig, richtig lost. Kann ich so eine Obsidiansäule komplett abfahren mit der Supreme-Spitzhacke? Der geht auch den Strom wieder raus, ne? LOL. Ja, nicht komplett, aber ich habe eine Menge Obsidian bekommen. Okay, was auf. Ich baue hier mal ganz kurz das Ding mit Obsidian ein, damit hier überall Drachensabbel hinkommt. Guck mal, wie wir eklig den melken, Alter. Stell dir mal vor, du bist so ein Ritter und melkst so einen Drachen. Gehst du an seine Zitze hin. Bah, eklig. Perfide, was wir hier machen. Wir sind kranke Schweine, Leute. Ich habe 29 Drachenatem. Ich habe keine Flasche mehr, ne, Romatra? Gut, lasst uns den Drachen töten, wir müssen den nochmals kranke. Mann, da endlich. Ich habe ihn. Hier ist das Herz. Ich habe das Herz. Boom. Epic Shader. Wir nehmen jetzt das Herz hier, Leute. Hallo. Wir nehmen jetzt das Herz. Warten. Ich habe es. Ja, okay. Wir haben jetzt das Drachenei, Leute. Wie kriegen wir damit einen neuen Drachen jetzt? Ne, einen neuen Drachen macht man, glaube ich, anders. Einen neuen Drachen macht man, indem man... Vanilla-Minecraft hat das... Habe ich das gut gemacht, Leute? Ne. Heißt, habe ich das gut gemacht? Wie kann ich den Ender-Drachen spawnen? Ender-Crystals. Äh... Komm, wir machen nochmal einen Drachen, ja? Ja, warte, ich komme. Naja, hier. Nether-Star und Garstier. Ja, komm, machen wir doch, Alter. Wir müssen schnell Garstiers machen. Warte mal, wir kommen ja an Garstiers. Komm, wir... Wir müssen leider noch ein paar Garstöten, Bro. Romatra, Junge. Das findest du geil. Wir sind ein Sadistenschwein, ne? Lass mal kurz einen, äh, Supremium-Bow machen, oder? Äh, ja, können wir machen. Dann können wir den nämlich schnell legen, weißt du? Dann ist der wahrscheinlich Two-Hit oder sowas. Ja, ja. Wir machen jetzt einen Welt-Rekord. Den Ender-Drachen 20 Mal in einer Folge töten, okay? Warum das denn? Damit du wieder außen vor bist, weil du wieder nicht mitgemacht hast. So wie immer. Okay? Ja, Bro, wir haben halt nur 16 Pfeile, wa? Was? Ja. Ah, nee, Alter, ich hab mega viele Pfeile. Ich hab 64 Stacks Pfeile hier. Komm. Hier, Romatra, ein Stack für dich. Ich hab den Bogen. Hast du auch einen? Mhm. Leute, wie spawnt man den neuen Drachen? Äh, ernennt es mir bitte. Ich möchte es erhören. Auf den vier Ecken, also da, da, da und da. Ist das so? Genau, auf den Längsseiten. Okay. Eins, zwei, drei. Nein, oh, ich glaub, das hast du grad falsch gemacht. Was? Ich feier euch. Du hast grad falsch gemacht. Einer lost als der andere. Nee, falsch. Sondern was? Hier, du hättest es hier, hier, hier und hier auf den Längsseiten, hab ich gesagt. Längsseiten sind die langen. Okay, wir müssen nochmal Gas töten. Bis zum nächsten Mal.